Musik Hey Leute, ich bin's, ich bin's Julian Vogel, kennt ihr mich noch? Ich hoffe doch, weil ich möchte heute wieder Minecraft spielen und nicht wieder im Überlebensmodus, das kommt natürlich auch mal wieder. Ich hab das schon in den Kommentaren gelesen, Hanna liest mir die hier immer vor und ich soll sie mal grüßen. Ja, ich grüße Hanna Vogel, ist jetzt gut? So, okay, so und jetzt möchte ich heute mal mein Zimmer nachbauen. Ja, und das mach ich hier, also jetzt nicht in einem Haus, weil ich weiß nicht, wie groß das wird, aber danach mach ich auch so Wände und, und, und einen Boden, den kann ich jetzt eigentlich schon machen. Also wir haben bei uns im Haus ja so, Papa meint, das ist Laminat, aber ich weiß nicht, was Laminat ist, wo soll ich wissen, Papa, was Laminat ist? Bin ich ein Feuerwehrmann? Naja, okay. Also ich muss das jetzt hier erstmal frei machen, das ist ja nicht so schwer, das krieg ich noch hin. So. Das hab ich. Das hab ich auch. So, also hier kommt jetzt auf jeden Fall ein Boden rein. Wo ist das denn? So, wir nehmen die, das sieht so aus wie unser Boden. Und natürlich kommt mein Hochbett hier hin. Und ich hatte gesehen, bei, bei, äh, dieser Kahn, bei viel mehr Apps und Games, der hat das auch schon gemacht. Der wollte mein Zimmer nachmachen, aber ich glaub, der hat das nicht so toll hinbekommen. Ich werd das viel, viel besser jetzt hinbekommen. Ich werd mein eigenes Zimmer jetzt hier, mein Kinderzimmer hier bei Minecraft nachbauen. Und das werd ich richtig gut hinbekommen bestimmt. Oder vielleicht auch nicht. Muss ich mal abwarten. So, das ist der Boden. Keine Blumen bei mir hier, möchte ich nicht. Gibt's bei mir nicht. Okay, so, jetzt kommt mein Bett. Oh, das muss auf jeden Fall später größer werden. Äh, jetzt kommt erstmal mein Bett. Das ist ja so blau, ne? Ich glaub, das ist hier, ich weiß nicht, das sieht nach Wolle aus. Und das sieht ja auch komisch aus. Hier hast du auch kein Blau dabei. Oh, hier ist das. Aber ich hab eher, nein, ich hab sowas. Okay, ich möchte jetzt ein Bett machen. Dann kommt hier was hin. So, hier ist bei mir ja so ein Bogen. Ich weiß nicht, kann man das so sehen? Vielleicht so. Okay. Dann müssen wir das Gleiche hier hinten noch mal machen. So, dann haben wir, ich hab ja so ein Burkbett eigentlich. ne, also das muss hier so und hier auch. Oh man, das ist ein bisschen zu viel. Ich glaub, das reicht. So, weil ich muss meine Leiter ja auch noch irgendwo hin machen. Kommt hier hin und dann hier noch hin. So, okay. Dann brauch ich eine Matratze. Aber meine Matratze ist so auch so ein bisschen blau. Und dann brauch ich noch mein Kissen. Mein Kissen ist so weiß. Oh, da liegt was. Oh, das hab ich da hingeworben. Das war aber höher irgendwie hier. Und das war auch breiter. So. So, und dann hab ich eine rote Leiter hier hoch. Oh, ich brauch rot. Rot. Nein, nicht dieses Rot. Das Rot. Ja. So, dann brauch ich hier eine Leiter. So. Ungefähr. So, wo hab ich denn hier meine... Kann ich hier keine Leiter auswählen? Ich muss doch auch irgendwie hochkommen. Oh, Mann. Ah, da. Ich seh's. Mann, warum schmeiß ich das denn immer weg? Komm ich hier dann hoch? Ja. Und hier kann ich dann ins Bett. Das find ich schön. Hier fehlt aber auch noch was. Hier. Okay, mein Zimmer muss auf jeden Fall größer werden. So, ich hab jetzt hier einen Schrank. Also ein Regal. Wie war das denn noch mal? Das muss hier hoch. Auf jeden Fall höher als mein Bett. Das muss hier hin jetzt. Das muss auch. So, mein Zimmer muss auf jeden Fall größer. So, das hab ich auch. Oh, Mann. Das muss ja noch höher. So, okay. Das ist jetzt das hier. Da brauch ich noch einen Schreibtisch. Aber hier muss ich jetzt auch noch ein bisschen was freimachen. Wo kommt denn mein Tisch hin? Der kommt hier hin. Keine Blumen, hab ich gesagt. So, ich hab ich gesagt. Okay, dann kommt hier jetzt noch ein Tischchen, der ist auch so blau. Aber das ist so irgendwie komisch, also hier sowas. Der ist eigentlich rund, aber ich bekomme das jetzt hier nicht hin. So, dann brauche ich noch einen Stuhl. So, das hätte ich. So sieht mein Zimmer aus. Jetzt fehlen natürlich ein paar Truhen und Spielzeuge und so. Aber Spielzeuge kann man hier ja nicht machen, deswegen mache ich das mit Truhen. Also, wir haben, hier drunter habe ich auf jeden Fall meine Spielzeugtruhe. Hier wäre eigentlich auch mein Skateboard. So, das kommt hier hin. Hier kommt das hier hin. Das. Hier kommen überall meine Spielzeuge dann eigentlich rein. So. Wir können ja hier, können wir hier nicht Ausrüstung rein tun? Na egal. Ist egal. Ist egal. So. Dann haben wir hier eigentlich auch noch was. Oh Mann, aber ich weiß nicht was, wie das heißt hier. Ist das das hier? Nein. Das ist das nicht. Das ist das, was ich brauche. So, dann haben wir hier sowas und da können wir, weil normalerweise ist da ein Ritter und ein Ritter hat ja auch Schwerter und so. So. Oh, ich weiß, was ich mache. Kommt auf jeden Fall ein schöner Kopf so hin. So. Dann noch hier so ein Creeper Kopf. Das finde ich nicht so schlimm. Und ein Zombie Kopf. Habe ich kein Problem mit. Ich habe keine Angst, wenn ich dann aufstehe. So. Aber da muss jetzt eigentlich was anderes rein. Zum Beispiel ein Helm, ein Schwert und eine Rüstung. So. Das kommt einfach dahin. So. Und hier muss natürlich auch was rein. Ich weiß aber nicht, was da reinkommt. Oh Mann, jetzt weiß ich das nicht mehr. Oh, wir können hier eine Truhe auf jeden Fall rein tun. Habe ich doch schon hier. Ne, egal. So. Dann können wir hier. Oh, es laufen Zombies rum. So. Kann man auch hier noch sowas hinstellen. Okay. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen Blumen. Wir brauchen Blumen. Beispiel sowas. Dann will ich noch das. Ich weiß, dass das im Ofen ist. So. Dann kommt hier was für die Stifte hin. Hier das hier. Und eigentlich müsste hier noch ein Tablet oder so hin. Kann man das nicht irgendwie machen? Weil mein Tablet fehlt hier eigentlich noch. Und ein Lichtlein brauche ich eigentlich auch noch. So. Mach ich mal hier hin. Dann. Hinten auch noch. So. Das ist mein Zimmer hier. Also so sieht mein Zimmer in Minecraft jetzt aus. Und hier könnt ihr jetzt noch mein Tablet hin. Aber ich weiß nicht, was ich da hin tun kann. Weiß nicht. Kann man hier überhaupt. Vielleicht packe ich hier so einen Zaubertisch drauf. Ja. Und dahinter vielleicht noch so. So. Ja. Sowas hier. Das ist aus nach Büchern. So. Okay. Leute. Das ist jetzt mein Zimmer. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich muss jetzt außenrum noch eine Wand machen. Überall Zombies hier. Was wollt ihr hier? Nicht in mein Zimmer. Ihr habt dafür keine Erlaubnis. So. Jetzt muss ich hier irgendwas hochziehen. Wie sind denn? Bei uns ist das weiß. Also nehme ich hier auch weiß jetzt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja. Wie ist das? Das ist ziemlich groß geworden. Sehe ich gerade. Ich wollte das eigentlich nicht so groß machen. Aber mein Regal war so groß. Tut mir leid. Das ging halt nicht anders. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch die Wände hochziehen. Das geht schnell. Das krieg ich schnell. Das geht schnell. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und dann ist mein Zimmer fertig. Da darf aber auch keiner rein. Nur ich. Sonst keiner. Oder vielleicht Emma, wenn ich sie erlaube. Aber Papa auf gar keinen Fall. Und Mama auch nicht. Also nicht hier bei Minecraft. Okay Leute. Ich bin jetzt fertig. Es wird schon wieder hell. So lange hat das gedauert. Und das ist mein kleines Zimmer hier bei Minecraft. Also ich könnte jetzt von hier in mein Bett steigen. Ich kann jetzt auch mal alles wegwerfen. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich bin fertig. Ja. So von hier steige ich in mein Bett. Da kann ich mich hinlegen. Oder mir Ausrüstung nehmen. Wie ich möchte Leute. Hier haben wir auch Köpfe. Zombie Köpfe. So. Dann haben wir hier Truhen. Und auch einen Ofen. Und auch einen Rüstungsständer. Mein Schreibtisch mit Büchern. Das wird mir mal gefallen. Und Stifte. Box. Und hier habe ich Truhen. Hier ist noch nichts drin. Aber hier kann ich gerne was rein tun. Wenn ich möchte. Zum Beispiel mein Skateboard. Oder so. Und das ist hier mein Minecraft. Also mein Kinderzimmer im Minecraft. Ich hoffe euch gefällt es Leute. Und wenn es euch gefällt. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Hannah kann es bestimmt vorlesen. Ja. Na ich habe dich gegrüßt. Du hast schon richtig gehört. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.